Ja, das ist P.Haze für Witten Battle Germany und deren Battle-Rap-Pandemie, Alter. Ja, an dieser Stelle erstmal danke an meinen Homie Stihl für die Nominierung. Doper Scheiß. Und allgemein, hier wurden schon echt dope Parts gekickt, auf jeden Fall. Coole Sache, ey, Hip-Hop lebt, Alter. Hip-Hop lebt, Alter. Ihr stellt es zu Beweis. Hip-Hop lebt, Junge. Ja. Fuck, es ist P.Haze, der Typ, der mit Stihlflex-Flavor wie Cheesecake. Hör mir unsere Free-Tapes, bitte ich Wörter, hört sich an wie damals auf dem D-Day. Wenn ich bürne, dann zerstör ich Ticker, ich bin Gene Gray in Maskulin. Digga, was du ziehst, bei dem Flow rate ich dir lieber abzuziehen. Battle-Rapper labern immer irgendwas von Krieg, ich spiel GTA in echt mit nem Waffensheet. Ah, also komm mir nicht so, nein. Ich zerbombe dich, ho, yeah. Und du fotze bis tot, Cine-Karriere, Comedy-Show. Und ich komm in die Show und baller da rum. Danach ist es stumm, nein, ich bin kein Fan von Kapitalismus, dennoch zähl ich gern mein Geld. Mit Kapitalismus, Witten battle Germany, ich kille Wack and Earth MCs. Es gibt keine Battles, also bringe ich jetzt den Bürgerkrieg. Irgendwie kann jeder hier reimen und auch battlen, doch Witt, please, im Ernst. Fast keiner hier kann rappen. Die Stricher denkt, er ist sicher, Mann, wer ist denn dieser Pimp? A Cappella steht zwar kackt, irgendwie bringe ich frischen Wind. Wenn einer hin nach meint, dass er nicht ordentlich zerreißt, beweist es halt nicht ein. Und ich torkel in den Kreis. Ja, ich torkel in den Kreis. Und form mal ein paar Wimes. Also besorg mir dein Vibe. Und ich besorg's deinem Vibe. Yeah. Und ich torkel in den Kreis. Wie bei der Vorrunde 1. Bin geboren für den Scheiß. Und für die Norm sag ich Zeit. Yeah. Das war mein Beitrag. Und damit das so weitergeht, nominiere ich oder infiziere ich hiermit den guten Nimion, Torbang und BMK. Yeah. Peace. Ich bin raus.